Die musikalische Erbauung für den 12. Juni 2021. Namenstag für Guido, Leo und Florinda. Und nebenher, der 12. Juni ist unter anderem Tag gegen Kinderarbeit. Leonard Cohen, Closing Time. Sehr schön am Anfang, Johnny Walker Wisdom is running high. Dann ein Seufzer, ein Schrei, gieriges Küssen. Irgendwann letzte Runde und der Laden macht zu. Leonard Cohen, Closing Time. Ist gut, wirklich gut, kannst du glauben. Los, geh rein, hörst dir an und der Tag ist dein.